Hallo, wir sind es, der David und die Vicky von Chirona. Und ja, wir waren heute beide morgens am Kiosk und wollten eigentlich nur mal schauen und da haben wir was entdeckt. Und es war ein Zeitungsartikel. Genau, die Popcorn. Und was haben die da drin entdeckt? Unseren ersten offiziellen Zeitungsartikel, sozusagen in der ersten Jugendzeit drin. Und da steht alles über uns drin, ganz, ganz viele bunte Bilder, alles, was ihr immer erfahren wolltet über uns. Genau, auch Informationen über die Torbo-Tour in Halborn und... in Lübeck. Aber weitere Informationen findet ihr natürlich auf Chirona. Genau, auf Chirona.de. Also schaut immer in die Zeitungen, wir sind super erfreut für diesen Artikel. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Genau, ja. Es gab sogar Kinderbilder von uns hier drin, wenn ihr die sehen wollt. Ja. Stimmt, die dürfen. Genau, also bis dann. Tschüss.